Wir kommen aus. Meldung lade auf Sicht. Bestätigen die starke Rauchentwicklung. Ja, das Verstand. Anfahrt auf Sicht. Flächenbrand und starke Rauchentwicklung kommen. Meldung lade auf Sicht. Mot, Teamgeist, Leidenschaft. Das ist die Freiwillige Feuerwehr Ulsberg. Übungen wie diese zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehrnerstätten gehören zur Praxis der 26 Feuerwehrmänner und Frauen aus Ulsberg. Sie sind für uns da, wenn es darauf ankommt. Mit Teamgeist an einem Strang zu ziehen. Für das gleiche Ziel gemeinsam zu helfen. Diese Männer und Frauen sind immer bereit, um im Ernstfall zu retten, zu bergen, zu löschen und zu schützen. Die Eigenschaft, in Notsituationen richtig zu handeln und klare Gedanken zu fassen, ist nur eine der Stärken unserer Feuerwehrmänner und Frauen. Sie haben den Mut, in entscheidenden Situationen den Elementen zu trotzen und das Richtige zu tun. Egal ob bei Verkehrsunfällen, Personenrettung oder Bränden. Mit Unterstützung der Feuerwehren und Rettungskräfte in der Verbandsgemeinde gewährleistet die Freiwillige Feuerwehr Ulsberg die Sicherheit in unserer Region. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Unsere Feuerwehrmänner und Frauen riskieren das eigene Leben, um andere Personen zu retten. Unabhängig von Ort und Zeit geben sie immer 100% und wachsen über sich hinaus. Unermüdlich. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und das alles in ihrer Freizeit. Ohne Gegenleistung. Für andere. Angetrieben von dem Feuer in ihrem Herzen. Selbstlos zu helfen. Als Ehrensache. Denn das macht die Freiwillige Feuerwehr Oelsberg aus. Die Freiwillige Feuerwehr Oelsberg aus. Die Freiwillige Feuerwehr Oelsberg aus. Vielen Dank.